hallo ich bin heiko ihr erwischt mich gerade beim teilwasserwechsel der einzige wirkliche job den man bei einem aquarium hat indem man alle zwei wochen da mal ein drittel schmutz absaugt und den boden sauber macht so wie staubsaugen zu hause wir schalten mal rüber in die südsee und gucken uns mal an wie die natur ein wasserwechsel von mehreren millionen kubikmetern wasser in ein paar stunden macht durch das war ich melde mich heute von unserer südsee expedition wir sind hier in einem atoll das bedeutet wir haben hier ganz viel strömung rein und raus sowie wasserwechsel im aquarium und das ist hier wirklich super interessant zu sehen was passiert mit dieser ganzen wasser masse wenn sie raus strömt aus dem atoll mit ihrer strömung und wieder rein kommt und wie wichtig auch dieser wasseraustausch für das biotop in diesem atoll ist ohne ein wasseraustausch stirbt praktisch die lagune ab da sollten wir uns mal kopf machen was im aquarium passiert wenn wir da kein wasserwechsel machen ich gehe jetzt mal runter und gucke mir den wasserwechsel im meer tschüss bis zum nächsten mal ja eigentlich ist wasserwechsel gar nicht so schwierig man hat seine mulmglocke oder seinen schlauch womit man auch immer wasser wechselt im aquarium jetzt kommt nämlich genau der physikalische effekt ich weiß nicht ob die leute in der schule da komplett geschlafen haben die physik besagt jetzt eigentlich dass man nur saugt bis das wasser über den höchsten punkt rüber ist dann fällt es runter im schlauch zieht das wasser nach sich und es läuft und es läuft es funktioniert was wir ganz häufig sehen wir haben jetzt wieder kein wasser hier im schlauch dass unsere lieben aquarium freunde saugen bis sie das ganze wasser im mund haben inklusive fisch und algen und wasserfloh und dann sagen die ja das ist ja doof also aquarium sauber machen das ist ja wirklich das allerletzte jedes mal schluck ich da literweise wasser da würde ich am liebsten antworten ja du bist ein bisschen doof aber das sage ich natürlich nicht um gottes willen okay ich muss zugeben wenn die schläuche kürzer werden wenn die schläuche kürzer werden dann wird das durchaus anspruchsvoller auch hier muss ich nur warten bis es darüber ist und mit warten es ist keine gute idee sondern nur kurz und habe nur meine nase getroffen ich trinke wieder kein wasser also kurzer schlauch schwierig ich rate mal vorsichtig bei der kürze wird es nicht gehen aber da gibt es ja ein trick wir halten den ins wasser halten den zu darüber und dann läuft er auch also es gibt immer möglichkeiten das war wirklich der einzige grund in physik aufzupassen wie man wasser richtig wechselt ohne dass man literweise dieses wasser trinkt aber physik scheint schwierig zu sein und ja also ich weiß nicht ich sehe da heute kein problem mehr ich finde es nicht so schwierig ja wir haben jetzt in der südsee gesehen dass sogar die natur wasserwechsel macht natürlich nicht absichtlich aber interessant ist was passiert denn wenn in einem atoll der ring geschlossen ist und das atoll eben keinen ein und ausgang hat wo das wasser rein und raus fließt sondern der ring durch den schluss kein wasseraustausch mehr zulässt im prinzip ist das ja ein großes aquarium und dann passiert was ganz interessant ist im prinzip stirbt die biologie hier in der mitte ab denn dieser wasserwechsel ist essentiell für ein solches atoll denn nur durch das frischwasser strömt eben nach gezeiten wasser rein frisch wasser rein altwasser raus und wenn das nicht mehr passiert haben wir natürlich eine sondersituation in der südsee nämlich die starke sonneneinstrahlung die haben wir im aquarium in der regel jedenfalls nicht und das ist ein unterschied aber ansonsten alles gleich wir haben eine wasserbelastung die ansteigt wir haben eine algenbildung die dort passieren wird die fischfauna wird sich ändern nur noch algenfresser sind unterwegs räuber kommen weder rein noch raus alles ist hier drin gefangen und es passiert eine eutrophierung nennt man das ein nährstoff über angebot und der ateuring innen drin die lagune wie sie genannt wird stirbt im prinzip ab und deswegen ist der wasserwechsel im aquarium tatsächlich so wichtig damit wir nämlich wie in der natur einen zugang haben den wir eben im natürlichen im aquarium durch die natur nicht haben sondern wir müssen helfen wir müssen dieses wasser rein strömen raus strömen lassen und das ist unser wasserwechsel so elementar ist tatsächlich der wasserwechsel auch in der natur nicht nur in eurem in meinem aquarium stellen wir uns doch mal vor was passiert wenn wir keinen teil wasserwechsel machen ein aquarium ist ja in irgendeiner form eine offene wasseroberfläche und über offene wasseroberflächen verdunstet wasser aber es verdunstet eben nur das wasser ohne die mineralien ohne die salze ohne nitrit ohne nitrat ohne phosphat sondern nur h2o chemisch gesehen also das wasser das verdunstet und im gegenzug bleibt alles andere hier drin und stellen wir uns mal vor wir würden immer mehr verdunsten lassen man könnte es beschleunigen indem man das aquarium wie ein kochtopf auf die herdplatte stellt dann würde man nämlich im prinzip das kochen das verdunsten noch mal beschleunigen nur mal als theorie dann verstehen wir auch besser was passiert das heißt in diesem wasser was übrig bleibt nachdem wasser verdunstet ist konzentrieren sich alle stoffe auf nur das h2o ist weg die gesamtherte steigt an und dafür gibt es eben einen test der uns auch ganz schnell zeigen würde wenn wir das wasser nicht wechseln sondern wenn wir das wasser immer nur auffüllen und das ist ein fehler das sollte man nicht tun denn ihr könnt euch ganz leicht überlegen wenn das wasser verdunstet die mineralien immer konzentrierter werden ihr immer wieder wasser mit mineralien auffüllt leitungswasser brunnenwasser dann werden die mineralien immer mehr und der gesamthertetest der würde euch anzeigen magnesium calcium würde ansteigen wenn also der magnesium calcium gehalt im leitungswasser x ist sagen wir mal 10 und bei euch im aquarium 20 dann habt ihr ihn verdoppelt aufgrund des wassernachfüllens wenn ihr zum wasernachfüllen osmosewasser nehmt oder destilliertes wasser dann wäre das eine option weil in dem moment würdet ihr ja nur reines wasser nachfüllen und kein wasser mit mineralien und salzen und so weiter da ist der große unterschied wie füllt ihr nach mit osmosewasser oder mit leitungswasser aber eigentlich ist beides käse weil wir wollen ja durch den teilwasserwechsel wie es gesehen habt auch immer gleich den boden mit absaugen und wir wollen dem ganzen system frisches wasser zu führen denn im wasser sammeln sich stoffe an die kriegen wir gar nicht so leicht weg so einen teilwasserwechsel sollten wir im aquarium so als hausnummer ein drittel von der menge hier alle zwei wochen wir können aber auch wöchentlich ein teilwasserwechsel durchführen sollten wir machen wir können auch jede woche ein bisschen weniger wechseln was wir nicht tun sollten wir haben es vergessen und dann nach vier wochen da machen wir mal einen massiven teilwasserwechsel nämlich fast alles das ist keine gute idee es ist ein zu starker eingriff in die biologie des aquariums ja es ist ein künstliches biotop aber es ist auch ein biotop ein kleines wohnzimmer biotop und in dem moment sollten wir versuchen die eingriffe so minimal wie möglich zu halten wenn wir jetzt diesen teilwasserwechsel durchführen ist es keine gute idee nur das klare wasser abzusaugen warum nicht wie funktioniert denn staubsaugen zu hause haltet ihr den staubsauger in die luft wer macht denn sowas wo ist denn der schmutz der schmutz lagert sich aufgrund unserer erdanziehungskraft auf dem boden ab oder im teppich und genau tatsächlich genau das gleiche haben wir auch im aquarium und deswegen sollten wir mit dieser mulmglocke auch immer durch den boden durch und den schmutz aus dem boden herausholen und absaugen das wieder ins klare wasser zu halten und abzusaugen macht keinen sinn wir wollen den schmutz aus dem aquarium entfernen und der schmutz der aus dem boden rausgeholt und abgesogen wird der muss ja auch nicht mehr biologisch abgebaut werden da entsteht kein ammonium kann nitrit kann nitrat mehr und das ist super weil nitrat wäre wieder ein algendünger und damit hätten wir diesen stickstoff komplett aus dem wasser raus also eine mulmglocke so nennen aquarianer diesen bodenreiniger hier womit man durch den boden durchgeht ist in meinen augen das wichtigste werkzeug was wir aquarianer zu hause im schrank haben es gibt einen stoff im wasser den sieht man gar nicht so leicht man kann ihn übrigens auch nicht testen das sind sogenannte gelbstoffe wenn ihr mal längst durch ein aquarium guckt habt ihr eine ganz andere sicht auf die klarheit des wassers als wenn ihr quer rein guckt in diesem aquarium ist das auch schon ganz schön zu sehen nicht so wirklich toll weil das aquarium zu gut gepflegt ist da ist ein schöner wasser weg so regelmäßig da und dadurch ist das wasser wirklich sehr sauber und enthält auch kaum gelbstoffe aber wenn das längere zeit stehen würde wäre es noch deutlicher zu sehen von vorne ist die sicht gut würde ich jetzt einfach mal sagen vielleicht ein ganz bisschen trübe das wasser aber es ist schon nah dran an sehr durchsichtig und wenn wir längst durch gucken sehen wir plötzlich dass das wasser doch nicht so klar ist wie wir aufgrund dieser schicht dicke im vergleich zu dieser schicht dicke sehen und wenn man diese gelbstoffe richtig klar sichtbar machen möchte gibt es einen ganz einfachen trick ihr nehmt einen weißen teller und haltet diesen weißen teller ins aquarium und dann kann man sehr schön sehen bleibt dieser teller weiß wenn ihn da rein taucht wenn ihr von vorne guckt oder auch wenn ihr quer durchs aquarium guckt oder sieht der teller schon irgendwie gelblich aus und dann ist es allerhöchste eisenbahn dass man mal wieder ein teilwasserwechsel macht denn dann haben sich diese gelbstoffe ganz schön angereichert jetzt die frage was sind denn gelbstoffe überhaupt gelbstoffe sind nicht wie man meinen könnte durch den urin der fische produziert so wie wir das kennen urin gelblich da gehen wir vom menschen aus aber bei fischen läuft das ein bisschen anders ab bei fischen ist es so dass der urin zu 99 irgendwas prozent wasser enthält das heißt er ist klar klar wie das aquarienwasser da sind keine gelbstoffe drin gelbstoffe entstehen tatsächlich durch bakterielle abbauprozesse die bakterien bauen algen ab sie bauen alles mögliche organische substanz im aquarium ab und dadurch entstehen diese gelbstoffe und die könnten wir ich habe hier irgendwo aktiv kohle da haben wir sie wir könnten gelbstoffe durch den filter herausholen indem wir mit einer guten aktiv kohle arbeiten die das wasser nicht beeinflusst es gibt preiswerte aktiv kohlen sehr billige sage ich da tatsächlich mal die geben leider auch phosphate ans wasser ab das ist nicht so lustig aber eine gute aktiv kohle die holt wirklich raus ohne phosphate ans wasser abzugeben dies neutral und mit aktiv kohle können wir färbungen aus dem wasser rausholen also wir könnten jetzt in laden gehen geld ausgeben das in den filter und dann holt der filter uns gelbstoffe raus aber mal ganz ehrlich warum denn nicht das mit dem teilwasser wechsel verbinden boden absaugen gelbstoffe rausholen frisch wasser rein das ist klar und wenn ich das regelmäßig mache dann muss ich auch keine aktiv kohle da irgendwie einsetzen also ich finde das ist der bessere weg und da brauche ich keine großartige hilfe es gibt noch einen weiteren grund weshalb wir regelmäßigen teilwasser wechsel machen sollten stellt euch vor ihr habt krankheitskeime im aquarium und jetzt kommt der begriff infektionsdruck ins spiel infektionsdruck haben wir alle kennengelernt in corona zeiten wenn nämlich viele menschen in einem raum waren und einige oder einer corona hatte die erreger waren da viren in dem fall und wir haben eventuell durch den erhöhten infektionsdruck in dem raum corona bekommen weil eben viele viele viren in der luft waren das wäre so als wenn wir party machen kleiner raum 20 leute und drei leute sind erkältet die wahrscheinlichkeit dass wir am nächsten tag auch erkältet sind die ist ganz schön hoch wenn wir uns jetzt aber vorstellen die party mit diesen 20 findet in der turnhalle statt großes luftvolumen und 20 leute und alle tanzen und singen und lachen und machen sonst was kein problem weil einfach der infektionsdruck auf uns deutlich geringer ist als in einem kleinen raum und jetzt wieder zurück zum aquarium wenn wir ein teilwasser wechsel machen holen wir diese keime teilweise natürlich nur ein drittel holen wir raus ersetzen ist durch kein armes frischwasser und damit senken wir den infektionsdruck und die fische können mit ihrem eigenen immunsystem gegen die meisten krankheiten ankämpfen denn auch ich jo der weiße pünktchen erreger ist eigentlich nichts anderes als ein schnupfen der ist immer latent da es geht nur darum wie viel infektionsdruck haben wir auf das einzelne tier und ein erreger erzeugt 1000 neue schwärmer also der infektionsdruck steigt ganz schnell an und auch daher ist dieser teilwasser wechsel wirklich wichtig um auch diesen infektionsdruck der verschiedensten erreger viren und was wir da alles haben parasiten auf die fische zu senken also ran an den teilwasser wechsel wasserqualität steigt infektionsdruck sinkt und die fische fühlen sich wohl wenn du noch fragen hast schreib deine frage einfach unten in das kommentarfeld unter dem video wir antworten gerne und weitere informationen gibt es bei uns auf der homepage in der themenwelt www.jbl.de www.jbl.de